Ich bin Ben von Hanseatic Help. Wir sind hier heute beim Oatville-Konzert im Schanzenzelt. Hier ist eine Annahme von Schlafsäcken und Isomatten. Wir sind dieses Jahr erst auf dem Hurricane und anschließend auf dem Deichbrand und versuchen da die Festivalbesucher dazu zu bewegen, uns ihre Sachen zu spenden, statt sie auf dem Festivalgelände einfach zurückzulassen. Es ist erschreckend, wenn man auf einem Campingplatz am Festival ist und sieht, wie viele gute Gegenstände einfach acht bloß zurückgelassen werden, die am Ende auf den Müll wandern. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele Menschen, die diese Dinge dringend brauchen. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir möglichst viel davon einer weiteren Verwendung zu führen, indem wir es einsammeln und den Obdachlosen zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.